Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Zwergenschelte. Wir spielen Seven Days to Die. Das Spiel ist Lars von Let's Survival gewidmet, weil er mir unglaublich geholfen hat. Ohne ihn würde ich jetzt hier nicht spielen können. Wir sind dabei... Ach, habe ich doch schon wieder die Cobblestones verloren. Mann, doch, die Aus- und Rein- und Rausloggerei geht mir auf den Geist. Entschuldigung. Das ist ja noch nicht mal gewöhnungsbedürftig. Das ist ja völlig was für ein Hintern. Sorry dafür. Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Das geht so nicht. Wir sind dabei, den Zombie-Abwehrturm für Tag 7 fertigzustellen. Also für die Nacht von 7 auf 8. Wenn die ferale Horde sich anmelden will und kommen will. Wir kommen auch ganz gut voran. Ihr seht das. Natürlich sind einige Fehler meiner Dummheit und meiner Ignoranz geschuldet. Aber wir kriegen den höchstwahrscheinlich heute soweit fertig, dass wir in Ruhe über Nacht nachdenken können, wie wir das am besten drehen. Ich werde heute auf gar keinen Fall mehr... Ja, auf gar keinen Fall ist falsch vielleicht. Ich werde heute nicht mehr versuchen, eine Horde anzulocken. Wieder... Also keine Lärmhorde anzulocken. Ich wüsste auch nicht, ob das klappen würde. Mir ist das jetzt schon zu spät am Tag. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das bisschen Arbeit, was wir hier machen, so lange dauert. Aber was soll's. Was dauert, das dauert. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. So, dann gucken wir mal nach. Wir brauchen auf jeden Fall eine Fahrte, damit wir hochkommen können. Die stelle ich jetzt her. Habe ich noch Holz? Ja. Ich brauche eh noch ein paar Bretter, weil ich oben noch aufwärten muss. Aber das kann ich auch machen, wenn wir endlich oben sind. Mal schauen, wie viele Leitern wir kriegen. Aber normalerweise sollte das reichen. Mal schauen, wie viele Leitern wir hier. Jetzt habe ich meinen Aufwertungshammer nicht dabei. Den Chlorhammer. Und da werde ich auch jetzt nicht aufwärten. Ich werde mir keinen Steinball bauen. Wo gehen wir rein? Hier? Ja, hier ist schön. Das wir jetzt auf der Leiter stehen bleiben können, finde ich sehr gut. Und haben sie gut gemacht, die Fun Pimps. Habe ich da bloß, äh, überall bloß die, äh, Dingens genommen? Ne, hier nicht. Da habe ich mal auch einen zusammengebaut von da unten oder von hier oben. Ist ja unglaublich. Ihr seht also, das ist schon eine recht angenehme Höhe hier. Wenn wir hier runterknallen, ist das nicht so gut. Aber ich habe es gerade schon mal gemacht. Also mich runterfallen lassen. Nicht freiwillig. Ist klar, wir haben es überlebt und uns nicht die Beine gebrochen. Das fand ich klasse. Natürlich ist dieser ganze Abbau, äh, bau, äh, extrem sicher gebaut. Hoffe ich jedenfalls. Bis jetzt noch nicht gegen die Zombies, aber, äh, aber gegen die normalen, äh, nicht gegen die, äh, Alarm, die Drama kündige, die, äh, Spider-Zombies. Aber gegen die normalen Zombies, ich denke nicht, dass die diesen Bau jetzt kaputt kriegen können, innerhalb von einer Nacht. Ich habe früher auf, äh, 20% Nacht gespielt. Und wenn die dann aufgetaucht sind, war so viel, so schnell wieder Tag, dass das nicht mehr schön war. Die haben, äh, bei 20% Nacht, obwohl bei 120 Minuten Spielzeit, haben die natürlich kaum Zeit, irgendwie ihre zerstörerischen Kräfte walten zu lassen. Und deswegen bin ich auf 35% Nacht gegangen, weil das macht, dabei macht das Spielen mehr Spaß. So, jetzt haben wir hier soweit alles fertig. Wir müssten noch, äh, hier herum ein, äh, Spy, die, die Spider abwehren können. Aber, äh, ich glaube, das mache ich am besten aus, ja, jetzt kommen wir noch nicht mal mit den Cobblestones mehr hin. Na gut, wie machen wir das jetzt? Machen wir uns richtig Arbeit, oder lassen wir das erstmal so? Ich will morgen noch irgendwo spazieren gehen, dann lassen wir das erstmal so. Und, äh, improvisieren da diese Framesache dran. Ist mir jetzt völlig egal. Ich habe keine Lust mehr hier dran rumzueiern. Und jetzt noch stundenlang, äh, Steine zu minern, oder weitere Frames herzustellen. Der Abwehrturm steht, wenn er auch nicht perfekt aussieht. Aber er wird seinen Zweck erfüllen. Kommst du wohl hoch, jawohl. So. Oh, oh, oh. Das ist wieder richtig was für mich jetzt hier. Ah. Normalerweise sollte ich schwindelfrei sein. Aber das ist hier bei diesem, äh, ganzen Gedöns hier doch, äh, anscheinend nicht so einfach. So. Machen wir da weiter. Scheiß drauf, machen wir sofort durch. Für die Feierabend. Also ich werde mir das über Nacht, äh, überlegen, ob wir hier weitermachen, ob wir das jetzt noch auf schön bauen oder nicht. Aber wenn wir das auf schön bauen wollen, habe ich morgen wohl keine Zeit, Erkundungsgänge zu machen. Wieso gehst du da jetzt nicht rein? Ach, da ist die Leiter. Okay. 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 Ich bewege mich hier wie auf hohen Eiern. So, die eine Seite dann noch. Ich wusste doch, dass ich das nicht hinkriege. Hatte ich die Zombie schon, äh, die, die, äh, Funpimp schon gelobt, wegen der Leitersache? Also die Leitern haben sie jetzt auch sehr gut hingekriegt. Ich bin meistens nur zu dämlich, das zu benutzen. Komm da. Puh. Jetzt habe ich mir doch wieder den Wecker nicht gestellt. Ich bin so ein blutiger Anfänger noch. Einen Moment. Entschuldigung. Es gibt die Möglichkeit, das Husten, äh, den Husten durch, äh, den Knopfdruck zu unterdrücken. Nicht zu unterdrücken, sondern nicht, äh, aufzunehmen. Aber bei meinem Glück würde ich, äh, da natürlich ganz bestimmt dran scheitern. So, wir stellen uns hier eine Kiste hin, irgendwo und, äh, packen da bis morgen das Holz schon mal zum Aufwerten rein. Hier oben werde ich nicht mit Eisen weiter aufwerten, weil da kommt keiner dran. Das wird wohl nicht nötig sein. Und lagern da natürlich, äh, äh, packen wir nur das Holz, äh, rein. Ihr werdet mir vielleicht bis morgen schon schreiben können. Das glaube ich nicht, weil dann die Folge noch nicht, äh, hochgeladen ist. Wollen wir das so lassen? Dann werden wir das so lassen, äh, weil, weil ihr könnt mir nicht Bescheid sagen und ihr könnt mir nicht sagen, hör mal, da hast du Mist gemacht. Das finde ich gut. Der zum Abwehrturm steht praktisch jetzt. Und ich finde das natürlich nicht verkehrt. In die Kiste packen wir die Leitern rein. Die, äh, Cobblestone Frames, die restlichen Wood Frames, die wir hier haben, die Bretter. Trinken haben wir jetzt nicht bei. Da können wir auch rein theoretisch fast das Trinken, wenn wir nicht Essen beipacken. Wir packen auf jeden Fall ein bisschen Medikamente rein. Und, äh, damit wir dann hier über Nacht, äh, Shotgun können wir reinpacken. Die, äh, TNT können wir reinpacken. Damit wir das Zeug nicht irgendwo im Haus vergessen können. Wenn wir uns hier auf den Weg hier hin machen. So, wo packen wir die rein? Am besten hier. So, dann ist die auch geschützt. Die sieht keiner, die kann keiner wegnehmen. Ach ja, vollpacken, nicht vergessen. So, dann packen wir die Hälfte von den Tabletten da rein. Die Hälfte von unseren, äh, Bandagen. Den hier komplett. Den holen wir uns wieder. Dann, äh, die 6 Wasser. Ein bisschen Essen. Ein paar Bretter noch zum Aufwerten. Die Leiter natürlich. Die Frames. Ja, jetzt kann ich euch auch kaum noch zeigen, wie ich dann das Haus, äh, schütze. Wenn ich, äh, nicht so viel Zeit habe. Okay, ich glaube, hier sind wir fertig. Moment, den packen wir auch noch 1, 2 rein. So, damit müssten wir hier fertig sein. Noch blutstillende Bandagen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ist hier schön langsam runter. Hier runter. Ja. Gucken wir uns, die Hütte von, die ist zwar immer noch nicht fertig, klar. Aber das sieht schon mal besser aus, als das Holzgrippe, was wir da vorgestern oder gestern noch stehen hatten. Ich bin da eigentlich nicht mit zufrieden. Na, schauen wir mal. Eben auf dem Rückweg schauen wir nach. Wenn wir wieder am Haus sind, ob da, äh, bei uns, äh, Spider-Zombies rumlaufen, die uns, äh, verklappen wollen für die anderen Zombies. Weil wir sind da gerade schwer am, äh, kochen. Wir haben im Moment, äh, dreimal, äh, für Bio-Sprit die Kochgeräte angeschmissen. Einmal für Glas schmelzen. Das dürfte eine gute, einen guten Hitzestau geben, der dann natürlich Zombies anlockt. Aber wir hatten heute Mittag noch Glück gehabt und ich denke mal und ich hoffe mal, wir haben jetzt auch Glück. Seht ihr, da ist nicht einer zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie das abgestellt haben oder ob ich jetzt wirklich nur Glück hab oder, äh, ob ich Pech hab oder ob hier genug gewesen sind oder ob das abgestellt wurde. Ich weiß es nicht. Ich hatte damit eigentlich gerechnet, dass hier welche auftauchen werden jetzt. So, dann nehmen wir uns hier wieder Wasser raus. Das ist, äh, erst mal fast fertig. Ihr seht schon wieder, ich hatte genug Brennholz reingeschmissen, damit, äh, das Wasser komplett umgewandelt werden kann. Und was ist, da stehen noch drei Stück drin. Jetzt schauen wir mal nach. Hier hatte ich auch genug Brennholz drin, glaube ich. Wir haben wohl 25 Stück gemacht. Ah, nun, da kann man nichts machen. Gucken wir nochmal nach, ob ich noch irgendwo Holz gelagert hab. Achso, ja. Da packen wir das TNT rein, was wir ja jetzt nicht gebraucht haben. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Wie lange muss der noch? Ja, gut, packen wir die 7 rein. Guck. Jetzt haben wir hiervon. 40 Pullen schon. Das ist sehr viel. Das ist wirklich sehr viel. Und hiervon haben wir auch 40 Pullen drin. Dann nehmen wir den Alkohol und, äh, den Biofüll mit. Okay, dann hole ich noch Holz nach, damit das fertig kochen kann heute Nacht. Äh, dann nehmen wir den Alkohol und den Biofüll gleich mit hoch. Und werden, äh, gucken, wie das aussieht, wenn man, äh, Sprit herstellt. Die, äh, der Kaffee ist noch nicht fertig. Was sehr schade ist. Ich hätte ihn gerne heute nochmal angepflanzt. Aber da kann man nichts machen. Zum, äh, fürs Essen haben wir jetzt gesorgt. Wir kommen also auf jeden Fall zwei bis drei oder vier Tage mit aus. So, wieviel müssen da noch? 50. Wieso läuft der denn so wahnsinnig runter? Schauen wir mal nach, wieviel bringen 16. 50 Minuten, das passt. Drücken wir nochmal auf Guck. Packen wir hier rein. 50 Minuten, das passt. Drücken wir nochmal auf Guck. Was ist jetzt hier drin? 69. Da packen wir sofort auch nochmal ein 16er rein. Da brauchen wir nicht auf Guck drücken. Wir sammeln also jetzt, äh, das, was hergestellt ist, schon ein. Gucken nach. Hier hatten wir ja auch noch welche. Schade, dass die, äh, in 10er Pack. Da sind. Versuchen wir, wieviel kriegen wir hier raus? 15er, das ist auch gut. Weil das braucht dann nicht so viel im Backpack. So, Wasser brauchen wir für die Nacht auch noch. Da haben wir schon, haben wir. Nachschauen, wie weit sind wir hier? Hier müssen wir noch ein bisschen was kochen. Hier könnte ich natürlich sofort, äh, noch schon mal ein bisschen was für morgen früh fertig machen zum Kochen. Die hole ich jetzt einzeln raus, weil ich, äh, nicht komplett die, äh, das Holz da rausnehme, weil ich den Kochvorbank nicht unterbrechen möchte. Wenn ich jetzt hier die Mold rausnehme, fliegt der Sand auf den Boden, das Holz fliegt auf den Boden und die, äh, Gläser fliegen auf den Boden. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich mach das, äh, mit, äh, der Mold rausnehme immer nur dann. Wenn, äh, ich den ganzen Stick auf einmal rausnehmen kann. Also, ich mach das, äh, Okay. Was ist denn da bloß eine Pulle? Hm. Die hätte ich gerade leer gemacht. Jetzt haben wir das Wasser alle drin. Da packen wir unser restlichen Holz rein. Können wir einfach rausnehmen. Ja. Das müsste also bis morgen früh fertig sein, ungefähr. Ja. Ne, nicht ganz. Doch, müsste. So warten wir jetzt. So, jetzt haben wir hier ganz gut in Arbeit alles. Bis auf Eisen schmelzen haben wir ja... Wir haben ja kein Eisen, sonst würden wir es auch noch schmelzen lassen. Na gut, für die 17 brauchen wir das nicht machen. Stelle ich heute Nacht noch die Mold her? Nein, die mache ich nicht mehr. Hier habe ich auch noch Wasser genug drin gehabt. Ich nehme mal besser einmal Wasser mit hoch. Dann haben wir das, falls wir nachts da raufkommen und nicht dran denken, dass wir neues Wasser brauchen. Der braucht hier unten auch nicht rumliegen. Der braucht hier unten nicht rumliegen. Die brauchen auch nicht rumliegen. Die Bookshot kann ich auch mit hochnehmen. Das Schwarzpulver. Das TNT. Und die 400 irgendwas. Ja, dann müssen wir morgen noch ein Plätzchenholz da mit reinschmeißen. Ich meine, ist egal. So, es wird langsam dunkel. Wir gehen hoch. Wir schauen noch mal kurz nach dem Kaffee. Der Kaffee ist jetzt fertig. Jetzt habe ich aber keinen Platz im Bag. Deswegen ernte ich den jetzt nicht. Sondern muss mich erst oben leer machen. Also wie gesagt, in die unterste Kauleiste, äh in die unterste Reihe, bekommt ihr, der Kaffee lässt sich wohl aufheben, wenn das Bag voll ist und unten in der Leiste noch ein Platz frei ist. Aber den Kaffee seid ihr los. Der, äh, ist weg. Das ist jetzt wieder so ein bekannter Bug. Aber das wissen wir mittlerweile alle. Weil das haben wir gelernt. Hart und herzlich. Die packen wir weg. Haben wir noch Bücher. Hier, die packen wir weg. Dann packen wir das Papier hier rein. Die Bookshot hat die da keinen Platz für, oder? Nein. Die haben wir auch keinen Platz für. Dann nehmen wir die wieder raus. Die können wir gleich umwandeln. Dann packen wir die wieder rein. Dann machen wir die hier weg. Wie denn den anderen klotz? Da. So, die Federn kommen da noch mit rein. Heute haben wir kaum Federn gebraucht, was ich schade finde. Das TNT packen wir hier noch mit bei, ist egal wo das rumliegt. Die Bruchschott noch mit rein, ist ja auch hier neben dem Blei. Das sieht so aus, als wenn das so müsste. Das Wasser kommt in die Nahrungsmittelkiste. So, damit haben wir die Eier noch los. Und sonst dürften wir nichts haben, was wir jetzt unbedingt so abgeben müssten. Dann schaue ich mal nach. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, muss das so angeordnet werden. Aber da können wir auch gleich nachgucken. Gas kann, seht ihr? So, 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 so geht die Post jetzt ab. Ha, wir können uns selber... Ich stelle mir das erste Mal Benzin her, praktisch. Da bin ich ganz stolz drauf. Das fand ich klasse. Da hat es bis jetzt nie zugereicht. Weil eigentlich habe ich immer genug Benzin gelootet. Aber das finde ich jetzt klasse, dass wir das machen. Schaue mal nach. Dann machen wir anders. Stellen wir wieder hier raus. Dann gucken wir mal nach, wie viel wir herstellen können. Und da haben wir drei Stück. Machen wir die auch noch fertig. Dann haben wir... 13 Gas kann hergestellt. Haben noch ein bisschen Bio-Füll und ein bisschen Alkohol. Und die müssten wir dann auch umwandeln können. Ja, aber da weiß ich noch nicht, wie das geht. Öl-Babberl. Ach so, ja gut. Das macht jetzt natürlich keinen Sinn, weil der Einzelne übrig bleibt und der praktisch sowieso ein Feld belegt. Aber ich wollte das jetzt auch nochmal ausprobieren, weil ich das ganz klasse finde. Und natürlich, weil ich das noch nie gemacht habe. So, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten. Ich verabschiede mich für diese Folge. Wir kommen in die Nacht rein. Moment. Soll ich jetzt noch eben wacker pflanzen gehen in den Café oder nicht? Pfff, was haben wir? Haben wir? Das ist ja alles nichts. Kochen werden wir den heute Abend aber wohl noch nicht mehr. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Habe ich Platz genug? Ja. Was natürlich von Vorteil ist, dass wir hier nur eine Reihe haben mit Kaffee praktisch und nicht... Doch, haben wir ja doch. Dann gucke ich mal nach. Hier geht es nicht Kaffee. Pachen wir hier rein. Und... Und... Sehen denn sofort wieder aus. Es ist zwar jetzt ein... Ich hätte besser den Bergbauhelm mitnehmen sollen, weil jetzt sehen wir nicht irgendwo... Jedenfalls nicht besonders viel. Und machen das Ganze auf Verdacht. Aber was ich haben will, will ich haben. Kaffee ist mir immer wichtig genug. Ihr habt ja auch gesehen, wie hilfreich der ist. Ich brauche kaum Pause machen. Deswegen pflanze ich keinen Tee an, weil sich das mit dem Tee jetzt gegessen hat. So, und den Kaffee nehme ich mit hoch. Und vielleicht koche ich oben noch Kaffee für heute Nacht. Ich weiß es nicht. Äh, für die nächsten Tage. So. Habe ich da was drin? Nein. Jetzt verabschiede ich mich herzlich. Wir sehen uns wieder, äh, am Morgen des siebten Tages. Wenn die Nacht ruhig bleibt, natürlich. Äh, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir überstehen die, äh, den morgigen Tag. Damit wir wirklich bis zum... Bis zur siebten Nacht auf die achte Nacht kommen. Und die Zombie-Horte dann in Empfang nehmen können. Tschüss. Ciao, ciao und bye, bye. Bis, äh, morgen. Bis, äh, morgen dann.